Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shen Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ne? Heute sollen wir zu einem Tempel gehen, der ist hier oben. Keine Ahnung, was passiert ist. Es musste ja so kommen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Dämonen angreifen. Okay. Wie sollen wir uns gut wappnen? Äh. Äh, wir können uns nicht vorbereiten. Los geht's. Wenn es nicht mehr als es ging. Hier gab's ne Schlacht. Oh, das ist der Mensch von damals. Mein Name ist Gokko. Ich bin froh, dass Sie Ihren Begrüßung machen. Ah, Entschuldigung. Ich dachte, das war unsere erste Begründung. Aber jetzt sehe ich, Sie sind die Dämonen. Sie sind der Mann, der die Hüteren schläge hat. Joto-ji ist wichtig für die Gefühle der Tokio. Wir haben die Bethel unterstützt, um die Stadt zu schützen. Aber der größte Atte von den Demen von Chaos hat unsere Barriere verletzt. Bethel hat mich unterstützt in die Demen, aber sie haben schweren Verletzungen. Nicht nur das, die Demen zeigen keinen Signum des Verletzungen. Soon, Tokio wird eine Krise. Ich kann nur fragen, dass du mit mir stehen könntest. Die nächste Waffe von Feuern zieht nahe. Bitte, demonstriert die Ausstellung deiner Macht. Wissen wir wohl kämpfen? Oh, Nagas. Heißt doch so, oder? Ne, Lamias. Die Musik ist richtig cool. Ich kann mir vorstellen, Licht ist auf jeden Fall stark gegen euch. Kann man ja direkt testen. Ne, tatsächlich nicht. Ich setze aber trotzdem mal H-Mark gegen euch ein. So, Sturmlead, einfach weil es bei dir extrem ist. Die Lamias sehen gegen eisschwach. Und die da hinten könnten gegen Blitzschwast sein. Die sind gegen Blitz immun. Autschen. Jetzt kamen die Lamias gar nicht zum Angriff, ne? Äh, Ramassa. Ich liebe diesen Angriff. Einmal immer, weil der so extrem sau sieht. Seid ihr gegen Feuerschmach? Nö. Eis macht euch doch eigentlich überhaupt nix. Eis. Das wird euch wahrscheinlich nix anhaben, aber... Okay, hatte was. Das hat was ausgelöst. Ja, und der Engel hat jetzt halt ein Level up gehabt, wegen dem grummen Moor von letztens. Entschuldigung, ich hatte vergessen meinen Squad eben zu aktivieren. Was zum Geier soll das sein? LAMU! Was ist denn LAMU? So, diesmal hab ich's nicht vergessen. Du bist Boss. Bei dir nutze ich definitiv ein. ein Fernrohr. Ich weiß nicht mal wer du bist. Aber auf jeden Fall nutze ich erstmal ein Fernrohr. hier. Gegen was ist der Schwache und was nutzt der? Okay, er nutzt Schatten. Er annulliert alle Nebeneffekte und Wind und Eis ist stark. Äh, Licht meine ich. Heißt so viel wie? Äh, Leana kann ich schon wieder mal austauschen. Hammer! Äh, ja. Wind, also ich kann den Erzengel auf jeden Fall gebrauchen. Und Siffel muss ich halt auch austauschen. Aeros ist zu schwach. Ich brauch die Skills, die sie haben. Du hättest zur Not Windangriffe. Ja, ist das besser, was ich zur Verfügung habe? Okay. Ich, äh, ich greif mit Hammer an. Auch wenn ich meine, Aramasa ist bei mir stärker. Das Gute ist, sowohl der Enger als auch Fortuna können wiederbeleben. Falls einer stirbt. Ja, bei mir selbst werde ich wahrscheinlich nur Hammer einsetzen. Äh, Aramasa meine ich. Autschen. Okay, ich muss mir vor dem Kampf auf jeden Fall eine Abwehr gegen Finsternis geben. Wir sehen uns beim Kampf wieder. So Leute, es hat eine Weile gedauert, aber ich bin jetzt endlich mal wieder hier, ne? Kennt ihr das, Leute, wenn ihr eine Aufnahmesession macht? Und dann vergisst man mittendrin zu speichern. Ich durfte ja wirklich den ganzen Weg gerade nochmal machen. Ich bin hier extra sogar nochmal zu dir, äh, dieser Einrichtung gegangen, nur um dort zu speichern jetzt. Kurz vor, vor diesem Kampf. Damit ich den ganzen Schmarr nicht nochmal machen muss. So, ich weiß ja bei dir schon. Hammer und Maza. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Aramasa bei dir mehr Schaden macht. Ja, macht es auch. Vor allem, weil es mehr Crit-Chancen hat. Also, gehe ich bei mir selber auf Aramasa. Und bei den Resten auf die restlichen Techniken. Ich habe mir auch jetzt sicherheitshalber noch die Resistenzen von der Learnanten gegeben. Dass ich jetzt eine komplette Abwehr gegen Finsternis habe. Und gerade haue ich richtig stark rein. San ist bei dir stärker, deswegen nehmen wir San. Und wir wissen eh, dass das Alfi nur eine Attacke macht. Deswegen... Brauche ich es auch nicht verschonen, dass es mal dazu kommt, eine Attacke zu machen. Wir wissen, es macht Mudo. Alter, als ob ich dich diesmal in einer Runde besiege. Nur weil ich diesmal das Team richtig habe von Anfang an. Alter, ich habe es halt in einer Runde gekillt. Es kam nicht mehr zum Zug. Vorbereitung ist alles, Leute. Seht ihr? Ich habe mir die Resistenzen von der einen geholt. Ja. Ich habe mich beweglicher gemacht. Und... Weg. Deine wahre Gestalt. Beziehungsweise deine wahre Macht. Aber was ist das? Ach, stimmt. Das ist genau dieselbe Stimme hier, die... die... die Gemobbte hier gerufen hat. Beziehungsweise angesprochen hat. Lass das du Pen... äh, äh, mieser Penner, ey. Ja, wir müssen da sofort hin, ne? Ja, wir müssen da sofort hin, ne? Dazai und I need help evacuating the students. I know this temple isn't the only place threatened. You go after the demon. I'll keep watch here. So... They are targeting Joine Highschool after all. Ach, immer diese Highschools, die attackiert werden. Bin mir schon im Anime. So. Ich kann kurzzeitig zurückkehren. Nur um gleich wieder aus dem Bild zu verschwinden. Da, in das Forschungszentrum bin ich einmal gegangen. Einfach nur zum Speichern. Damit ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen muss. Äh, ich kämpfe wahrscheinlich gegen den selben Typen nochmal. Deswegen behalte ich jetzt einfach die, äh, Stellung, die ich habe. Aber was zum Geil ist das für ein Vieh. Eine Voodoo-Gottheit. Oh Gott. Ich glaube, es wurden ein paar Menschen gekillt. Ich habe die Schule gebeten. Report. Ich habe gerade von Jozo-Gin gehört. Hast du den dämonischen Intruder? Ja, die Schule sieht dämonisch aus. Eine potenzielle dämonische Kraft, die versucht, die Schule und die andere Welt. Also, nicht auf unserer Seite. Alles klar. HQ hat eine Kontingente von Angeln auf dem Weg. Ich brauche, alle zusammenarbeiten. Proteste die Studenten und eliminiere den dämonen, Lamu. Let's go. Mit unserer Kraft können wir sie zurückfahren. So, und ich kann hier speichern. Sicherheitshalber mache ich das auch sofort. Ich habe keinen Bock, den Weg gleich ein weiteres Mal laufen zu müssen. So, und ich heile mein Team voll. Auch wenn ich nicht viel verbraten habe. Ich brauche wahrscheinlich dasselbe Team jetzt hier noch ein bisschen länger. Geht's dir gut? Oh. Hm, bin ich? Nein. Ein paar Schüler konnten wir nicht retten, ne? Ja, dafür bin ich ja hier. Hallo, geht's dir gut? Wer hat sich in ein Monster verwandelt? Das ist dann wohl der echte Lamu, ne? Gleich. Lass sie in Ruhe. Lass sie los. Lass sie los. Sie verraten. Ich habe nicht gehört. Warum wirst du zu hesiten? Dieses Welt ist kein Ort für ein Servant eines Weißens. Wir haben keine Wahl. BOTH Dämon und Menschen müssen sich verbraten. Ihr Idioten! Und hier wird jetzt keine Hinteraction abgehen Wahrscheinlich nimmt sie es auch noch an wegen den Mobbern dass sie sich an denen rächen kann Tu es nicht Wahrscheinlich war das eine Hypnose Okay Erstmal gucken Ja jetzt muss ich die Schule hier ordentlich erkunden Ja raus mit dir Bin ich in Sicherheit Hä was wie Du willst kämpfen Hm Rakshaka hießen die oder Ich hatte die in der Compendium Fusion Zwei neue Gegner Und wir sehen noch direkt wie sie kämpfen Wir sehen nur von dem einen wie der kämpft Scheiße So du rechts Ne du bist auf jeden Fall gegen Hammer schwach Bei dir wahrscheinlich auch Ne der Der resistet Dem tatsächlich Agi vielleicht Das hat schon mehr gezogen Mabufu Ah Eis schadet ihm Ich bin extra jetzt erstmal nur auf den gegangen Und jetzt mach ich Maguat Ich muss so oder so Magatsui sammeln Weil das werde ich bei dem Boss brauchen Ah So kämpfst du also Okay Ja Leute Mir ist bewusst wie pervers das Vieh aussieht Deswegen habe ich es ja gerade versucht zu kastrieren Bei dir keine Frage Du bist ein Inkubus Und das war nicht Äh Dass der dagegen schwach ist Okay Hinterfragen wir mal nicht Ja weil du schwach bist Äh Bevor das hier weiter ausartet Ich beende das hier heute mal Weil die Folge schon recht lang ist Ich hoffe Ihr habt Spaß beim Zusehen Wenn ja Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss